Ja, schönen guten Tag. Hier ist Klaus Dörre und meldet sich aus der eigentlich noch geschlossenen Frühe-Schiller-Universität Jena. Aber ein systemrelevanter Kollege hat es möglich gemacht, dass ich heute sprechen kann, dass wir es gewissermaßen konservieren können. Ich möchte zu einem Problem sprechen, das in erster Linie oder auf den ersten Blick gar kein großes Problem zu sein scheint. Im öffentlichen Personennahverkehr laufen die Manteltarifverträge aus. Es gibt Tarifverhandlungen inmitten der Corona-Krise und jetzt beginnt es dann schon schwieriger zu werden. Die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs, das sind ja nicht nur Betreiber, die tatsächlich in öffentlicher Hand sind, sondern es gibt auch private, sehen sich mit dramatischen Einnahmeausfällen konfrontiert. Auf der einen Seite haben wir gewissermaßen eine Debatte, etwa des Arbeitsministers, die entdeckt, dass solche Tätigkeiten wie die eines Busfahrers tatsächlich systemrelevant sind. Und auf der anderen Seite haben wir dramatische Einbußen bei den Fahrgästen, damit auch bei den Einnahmen. Es drohen Entlassungen im öffentlichen Personennahverkehr. Und das prägt natürlich dann auch die kommende Tarifrunde. Ich möchte das ein bisschen einordnen, weil es eigentlich um sehr viel mehr geht als, was schon genug wäre, nur die Arbeitsbedingungen und die Tarifverhandlungen der betroffenen Berufsgruppen. Ich möchte das einordnen in einen Kontext, den ich bezeichne als Klimawandel, ökonomisch-ökologische Zangenkrise und einer daraus resultierenden Notwendigkeit, die ich als Nachhaltigkeitsrevolution bezeichnen würde. Was ist damit gemeint? Ökonomisch-ökologische Zangenkrise meint, dass wir gegenwärtig mit der Corona-Krise etwas wiederholen, was wir zuletzt 2009 gesehen haben. Das ökonomische Wachstum bricht ein, dramatisch. Wir werden wahrscheinlich eine der schärfsten Rezessionen erleben, die die Welt nach 1945 erlebt hat. Und wir werden gleichzeitig sehen, dass mit dem Einbruch des Wirtschaftswachstums wir gewissermaßen ökologisch zu Ergebnissen kommen, die eigentlich erwünscht sind. Das heißt, plötzlich besteht die Chance, dass Deutschland die Klimaziele doch noch erreicht, was einfach mit dem Einbruch industrieller Produktion, der geringeren Mobilität und so weiter zusammenhängt. Wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen, wir erleben gegenwärtig so etwas wie Degrowth by Disaster. Wir haben sozusagen einen ökologisch erwünschten Effekt, der aber auf Ursachen beruht, der Millionen von Menschen in Arbeit und Arbeitslosigkeit treibt, der Menschen arm macht und das wollen wir nicht vergessen, der viele mit dem Tode bedroht und Milliarden gewissermaßen, zumindest zeitweilig mit dem Verlust der Grundrechte konfrontiert. Also Degrowth by Disaster und in einer solchen Situation besteht tatsächlich die Gefahr, dass, weil gewissermaßen die ökologischen Wirkungen die Folgen des einbrechenden Wirtschaftswachstums sind, solche Bereiche wie der öffentliche Personennahverkehr zusätzlich unter Druck geraten. Zwangenkrise meint ja, wenn das Wirtschaftswachstum wieder hochfährt, werden auch die klimaschädlichen Emissionen zunehmen, wiederzunehmen, das wissen wir. Und das vor dem Hintergrund, das nenne ich sozusagen die Bewegung hin zu einer nötigen Nachhaltigkeitsrevolution, wenn man das sich vor Augen führt, dann werden wir erleben, dass nach überstandener Pandemie die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, auch die klimaschädlichen Emissionen wieder zunehmen werden. Und in der Konsequenz bedeutet das, dass die Klimaziele in Gefahr geraten. Die EU hat ja sehr ehrgeizige Ziele formuliert. Wir wollen bis 2050 eine vollständig dekarbonisierte Wirtschaft haben. Es gibt eine Debatte darum, ob die Klimaziele noch verstärkt und verschärft werden. Und die Pandemie wird jetzt wieder genutzt, seitens der Industrieverbände die Klimaziele, zumindest die Verschärfung der Klimaziele wieder in Frage zu stellen, den ökologischen Wandel gewissermaßen nach hinten zu schieben. Und das betrifft auch den öffentlichen Personennahverkehr. Warum ist der öffentliche Personennahverkehr so wichtig in dieser Konstellation? Nun, wir haben das erlebt bei einer Eröffnungsveranstaltung für Students for Future in Leipzig. Dort habe ich auch diese Analyse der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise vorgestellt und habe darauf hingewiesen, dass der Konflikt, der daraus resultiert, längst die Kernbereiche des deutschen Wirtschafts- und Industriemodells erreicht hat. Das meint, Hauptverursacher der klimaschädlichen Emissionen sind neben dem Gebäudesektor, der Landwirtschaft und dem Energiesektor vor allen Dingen die Verkehrs- und Mobilitätsbereiche. Man kann es zuspitzen, der Verkehrssektor ist der einzige Sektor, der überhaupt noch nichts zu den Klimazielen beigetragen hat. Ganz im Gegenteil. Alles, was sozusagen an ökologisch sinnvoll passiert, wird zum Beispiel dadurch aufgefressen, dass immer mehr spritfressende SUVs produziert werden, die sozusagen das, was ökologisch reingeholt wurde, auf der anderen Seite dann wieder verspielen. Vor diesem Hintergrund ist völlig klar, dass selbst die noch anvisierte und ja noch kaum im Gange befindliche Umstellung auf E-Mobilität nicht ausreichen wird, um die Klimaziele zu erreichen. Im Gegenteil. Wir wissen jetzt, dass beim Status quo ohne Recyclingwirtschaft, etwa Recycling von Batterien, ein E-Auto, ein Elektroauto einen höheren ökologischen Fußabdruck hat als ein konventioneller Pkw. Das macht deutlich, wir brauchen eigentlich eine Verkehrswende, die völlig neue Mobilitätskonzepte realisiert. Also eine allmähliche Abkehr vom privaten Pkw, eine neue Kombination von unterschiedlichen Verkehrsmitteln bis hin zum Fahrrad, neue Typen von Fahrzeugen und so weiter und so weiter. Und in dieser Verkehrswende muss der öffentliche Personennahverkehr eine zentrale Rolle spielen. Er kann das aber nur, wenn er besser ausgestattet wird, wenn die Angebote besser werden, überall, sozusagen nicht nur in den Städten, sondern auch in den Kommunen, den kleineren Kommunen und so weiter, auch auf dem Land. Und er kann das aber auch nur dann werden, wenn gewissermaßen die Fahrpreise reduziert werden, insbesondere für die Gruppen, die die kleinen Portemonnaies haben. Im Grunde müsste man längerfristig auf einen völlig beitragsfreien öffentlichen Personennahverkehr zu steuern. Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Aber Schritte in diese Richtung können ja gemacht werden, beispielsweise mit ermäßigten Tickets für Schüler, Studenten, Lehrlinge und so weiter. Das alles ist bereits in der Diskussion. Auf der bereits erwähnten Vollversammlung von Students for Future in Leipzig ist dann ein Gewerkschafter, Personalrat, aufgetreten aus dem öffentlichen Personennahverkehr und hat gesagt, alles schön und gut, was der Dörre da gesagt hat, aber wir müssen Folgendes sehen. Wenn die Einnahmen dramatisch zurückgehen in unserem Bereich, dann haben die Kollegen und Kolleginnen Angst, dass das auf ihrem Rücken ausgetragen wird, nämlich auf Kosten von Beschäftigungssicherheit, auf Kosten der Arbeitsbedingungen, auf Kosten der Löhne und Gehälter. Und daraus entstand die Idee, dass die ökologische Konfliktlinie und die soziale Konfliktlinie sich nicht gegeneinander verselbstständigen dürfen. Präziser gesprochen, dass Klimabewegungen, Students for Fridays for Future auf der einen Seite, Gewerkschaften auf der anderen Seite zusammenarbeiten müssen, um eben zu verhindern, dass ökologische Nachhaltigkeit auf dem Rücken von Beschäftigten zum Beispiel in dem so wichtigen, strategisch wichtigen öffentlichen Personennahverkehr ausgetragen wird. Das ist die Grundidee, die halte ich auch nach wie vor für richtig. Jetzt in der Corona-Krise kommt es aber darauf an, den ganzen Bereich überhaupt zu erhalten. Das muss das wichtigste Ziel sein. Dieses Ziel bedeutet in der Konsequenz, dass, glaube ich, als wichtigste Forderung durchzusetzen ist, dass es in dem Bereich keine Entlassung geben darf, dass das Personal geschützt werden muss vor Entlassung, dass es nicht zu dramatischen Lohneinbußen kommen darf, etwa über die Langzeit-Kurzarbeit. Es braucht klar durchgesetzte Regeln zum Gesundheitsschutz für das Personal, etwa für die Busfahrer, aber auch für die Kunden. Das bedeutet, dass entsprechende Abstandsregeln durchgehalten werden müssen. Man braucht eine entsprechende Anzahl an Fahrzeugen und so weiter. Und das muss finanziert werden. Dafür muss es eine Grundfinanzierung geben. Das können die Länder und Kommunen alleine nicht schultern. Das muss man klar sagen. Finanziell muss da der Bund einspringen. Er muss Gelder freimachen, um diesen strategisch wichtigen, für die Mobilitätswende außerordentlich relevanten Sektor zu schützen, auch die Beschäftigten zu schützen. Und das ist eigentlich der Kern. Das zentrale Thema, wie kann das geschehen, mit welchen Aktionen, Aktivitäten kann man das durchsetzen? Das zentrale Thema eines Ratschlags öffentlicher Nahverkehr, den unter anderem die Rosa-Luxemburg-Stiftung am 9. Mai durchführen wird. Ich rufe dazu auf, beteiligen Sie sich, beteiligt euch an diesem Ratschlag, bringt eure Ideen ein und sorgt dafür, dass über solidarische Auswege aus der Krise diskutiert wird. Wir dürfen nicht übersehen, trotz dieses Geredes, was wir überall hören, die Krise als Chance, dass die Realität ganz anders aussieht. Aus der Historie ist bekannt, dass solchen Pandemien ganz oft dazu führen, dass die Ellenbogen ausgepackt werden, dass jeder versucht durchzukommen und sei es auf Kosten anderer. Und wir wissen auch, ein altbekanntes Muster, mit solchen umzugehen ist, dass die Reichen in ihre Landhäuser gehen und fliehen, während die, die keine Möglichkeit haben auszuweichen, die Hauptbetroffenen sind von den Auswirkungen der Seuche. Das müssen wir verhindern. Wir müssen Entsolidarisierung verhindern. Und deshalb denke ich, ist Engagement für die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Personennahverkehr ungeheuer wichtig, weil man dann auch sehen wird, sichert man diesen Bereich, sichert die Finanzierung, dass das Konsequenzen haben wird in ganz andere politische Felder. Wie sind die Finanzen zu sichern? Wie sind die Löhne dauerhaft zu erhöhen? Da hat sich ja selbst Gottfried Heil dafür ausgesprochen. Wie sind die Arbeitsbedingungen zu verbessern? Das bedeutet, dass man unter anderem eine andere Steuerpolitik machen muss, dass die öffentlichen Finanzierer dieses Sektors tatsächlich mit Geldern ausgestattet werden, die das dauerhaft ermöglichen. Und wenn man das weiterdenkt, dann denkt man schon über Konturen einer ganz anderen, solidarischeren Gesellschaft nach. Und darum soll es am 9. Mai gehen. Und es wäre schön, wenn sich viele an der Debatte beteiligen. Vielen Dank.